Musik Dann hier ein interessanter Link Murray Rothbard war, was Außenpolitik und den Anarchokapitalismus anbetrifft, ein Desaster Also, äh, libertäre Gedanken, äh, zur absoluten Karikatur verzerrt Hier ein interessanter Link Murray Rothbard was a Desaster Und, äh, in viele Sachen, die, oder manche Sachen, die ich selbst noch nicht wusste Also, ähm, ich war ja überrascht, als dieses deutsche, libertäre oder anarchokapitalistische Magazin, eigentümlich frei Als sie dann angefangen haben, äh, Putin zu preisen oder zu verharmlosen Als sie angefangen haben, verharmlosen Artikel zu bringen über Gangs Ich hab ja gedacht, was, was, was soll das denn jetzt auf einmal Und natürlich kommt's mir dann im Nachhinein, das ist alles die Fortsetzung von Murray Rothbard Also, er brachte diesen Anarchokapitalismus in die Köpfe der Leute Die Mafia ist kriminell, sie, sie stiehlt, sie betrügt, sie unterschlägt, sie erpresst Und sie investiert das illegale Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf Kann also dann anständige Leute übertrumpfen mit größerer Feuerkraft, finanzieller Feuerkraft Und das ist alles ein ganz, ganz übles Ding Also wie immer, dieses krankhafte Schwarz-Weiß-Denken Alles Staatliche ist böse Jede Verfassung ist böse Jede republikanische Grundordnung ist böse Jede Landesgrenze ist böse Jeder Gedanke einer Volksgemeinschaft ist böse Äh, und alles, was irgendwie privat ist, sei gut Also, das haben wir auch gesehen bei den Ayn Rand-Fans und so weiter Die glorifizieren dann die Rockefellers und die Fords und die Vanderbilts Und diese ganzen Raubbaronen Zum Kotzen Untertitelung des ZDF, 2020